Ich hasse dieses Horror-Mod-Pack. Und trotzdem habe ich zusammen mit Hanlik und JT dieses Horror-Mod-Pack versucht zu spielen. Wir brauchten also eine solide Unterkunft und haben noch ein sehr krasses Experiment gewagt. So, hier, ich habe noch Fackeln für euch. So, wir machen das Haus jetzt aber schon mal ein bisschen größer. Hanlik denkt immer viel zu klein. Warum habe ich immer noch diesen Blutflecken in der Fresse? Ist der bei dir auch noch da? So, das ist was. Komm nicht raus. Alter, wenn der jetzt hier reinkommt. Alter, chill. Komm, lass ihn mal da runter. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Oh mein Gott, ist er hier drin? Ja, okay. Ihr habt mich ausgesperrt, ihr V-Männer. Ja, weil du nicht reingekommen bist. Ich glaube, er ist weg. Digga, wie viel Blut du hier liegen lassen hast. Oh, der ist hier immer noch da. Verdammt. Der hat uns voll geprankt. Ich glaube, wir bauen eine unterirdische Base. Wir müssen einfach eine Decke machen. Ja. Der ist aber, glaube ich, immer noch da. Ja, er ist noch da. Okay, ich will mal euch. Hallo. Moin, Meister. Hast du mein Holz? Bau mal schnell hier die Decke hin. Hier ist doch deine Leiche. So, schnell eine Decke hier reinzimmern. Ja, es wird nämlich dunkel. Schnell, 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 schnell. Ist nicht das Schönste, aber muss nicht schmecken, muss weggehen. Müssen wir uns eine Tür machen? Oder hast du zu viel Angst vor der Tür? Machst du die Jumpscare-Tür? Jumpscare-Tür, rein, rein, rein. Oh nein, oh nein. Oh, hallo. Hier, wo ist das hinter dir? Ist dein Wand. Oh. Also, Axt. Axt. Wo ist die Tür? Die Tür schwebt. Und eine Axt macht generell... Oh, ich weiß nicht. War da was? War da was? Der ist unter mir. Was ist die jetzt? Ich sehe, der glitch ist hier durch. Was macht der? Was macht der da für Harlem Shake? Hier, Stein auf dem Kopf. Was war das denn? Er hat einen Taser benutzt. Polizei gewalt. Guck mal in die Kiste, ihr habt da auszusehen. Verfackeln von dir rein. Oh, jetzt draußen. Das ist ein Zaun, ich hab Balls. Dann lassen wir rein, bis der Tag wieder beginnt. Und dann gehen wir die Welt her. Komm rein, Kiro. Der pfeift los. Digga, was ist das so ekelhaft? Warum pfeift der? Weiß nicht. Heilig. Willst du nicht mal gucken gehen? Ich glaube, ich werde verrückt. Kiro, ich glaube, ich habe da hinten einen Geburtstagskuchen gesehen. Echt? Willst du nicht mal gucken gehen? Oh mein Gott. Das würde mehr Sinn machen, wenn wir die Voice-Mod nutzen könnten, Mann. Aber man hört sich selber sogar. Ja, aber lässt du Halt hier drin. Wow, das ist crazy. Alter, das ist wohl crazy. Ah! Hör auf mit der Scheiße. Ich finde kein Eisen. Bisschen tiefer. Es erwartet uns eine Tür. Ah! Das ist eine Höhle. Oh mein Gott. Ich will da nicht hin. Geh mal nochmal gucken. Nein, geh du gucken. Warum? Geh du doch. Geh du doch. Du hast mehr Fackeln als ich. Ich habe eine Höhle gefunden. Ja, dann geh du doch. Ja, okay. Hi, Biss. Dieses Pfeifen. Hallo. Hi. Ah! Hoch, hoch, hoch. Nee, nicht hoch. JG, wir sperren ihn ein. Tschüss. Obvergabe. Lebt er doch? Komm weg hier. Weiß ich nicht. Oh mein. Warte mal, hier ist unser Ausgang. Ja, dieses Pfeifen, Mann. Warum? Leute, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Oh mein Gott. Das sind Stiefel in die Höhle. Lange, liebe Bolo. Ja, ist immer noch Bolo. In die Bolo, Bolognese. Das hast du davon. Ja, okay, lass mal hier runter. Alter, es geht gar nicht fit. Es geht zu dunkel. Ach du Scheiße, geht es hier tief. Tief, tief, tief. Nein, 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 nein. Hey, war noch ein Prank. War noch ein Prank. Ja, ja, ich fäng dich auch gerade. Ich fühl mich mies unwohl hier, ne? Würde ich mal nur so gesagt haben. Leute, hört ihr das? Mach mal Soundcheck mit GT3. Leute, wollt ihr mal mein neues Auto hören, Junge? Jetzt gebt doch mal Gas. Ach du Scheiße, es ist da tief. Ich habe eine Fackel darunter geworfen. Siehst du das? Jo. Also wie lange die fällt? Warte, ich bin schon schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Perfekt, hier ist Golo Bolo. Nein! It's a prank. Was planst du da schon wieder? Ja, ja. Auf deine billigen Tricks fall ich nicht mehr rein, Hans Link. Ist eigentlich wieder Tag? Wir verschwenden gerade wahrscheinlich voll unsere Tageszeit, die wir nutzen könnten. Ja, es war kein Tag. Es ist Tag. Es ist Tag, Jungs, kommt. Wie wäre es ein schöneres Haus zu bauen? Ey, kannst du mich eventuell kurz töten? Wie du da gerade runtergefallen bist, Alter? Wir sollten uns beeilen, es wird dunkel. Ey, Mann! Oh mein Gott! Was ist das? Ich habe uns ein Geschenk mitgemacht, glaube ich. Irgendwas, was mich angegriffen hat. Ich habe die Tür nicht zugemacht. Wir machen da einen Block hin. Was? Oh, 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 da ist er, da ist er! Geweck, 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 geweck! Wir müssen ein Gold sammeln. Was ist das schon wieder? Kiru, bau dich ein. Kiru, ich bau dich ein. Was ist das? Ich bau dich ein, da ist irgendwas. Oder ist da was? Keine Ahnung! Ist das Wasser? Das ist Wasser! Alter, wie klingt das denn? Hey, hier ist noch mehr Gold. Oh, ein Tier. Oh Gott, ich dachte gerade, da sind Augen, aber das sind die Fackeln. Das ist so gemein. Kannst du noch einen Heizofen machen? Einen beheizten Heizofen? Einen heizigen Heizer? Kannst du einen heizigen machen? Gleich. Jetzt prank ich ihn. Ah, danke fürs Machen. Was machst du da? Eine Brücke. Schöne Brücke hast du da. Ich prank die jetzt mal. Ich habe jetzt hier die Cave Sounds. Fokussier! So, und jetzt pass auf. Die denken ja, ich bin AFK. Prank! Das war gerade voll laut, Mann. Ich habe dich geprankt. Hast du nicht. Das habe ich... Wer hat da... Hat der Schwanzdenker Schaden genommen? Ist das eine Fackel da unten, oder ist das... Das ist eine Fackel. Hä? Was ist... Oh mein Gott! Rennen, renn, renn, renn! Oh! Keinen Schaden machen. Keinen Schaden machen. Ah, ein dickes Tod. Er hat sich für uns geopfert. Oder so. Hallo, hallo, hallo. Es kommt runter! Hier ist ein Engel. Was? Hä? Der macht keinen Schaden, nur wenn man nicht zu nahe kommt. Warte mal, ich mache ihn so. Man kann ihn abbauen. So mäßig. Ich habe ihn besiegt. Ey, ich kriege das nervlich nicht zusammen, dieses Pfeifen. Der hat sich JT gekrallt. Was? Was ist das? Was war das? Oh, 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 hier ist der Engel. Der bewegt sich nur, wenn man nicht hinguckt. Oh mein Gott! Der bewegt sich nur, wenn man nicht hinguckt. Was hast du bekommen? Du hast doch ein Herz bekommen. Nein, nur das hier. Oder das hier. Ich weiß nicht, genau. Alter! Hey, I just met you. And this is crazy. So here's my number. So call me maybe. Oh, here's cold. What the fuck? 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 Okay, I'm out of here. So kriegst du's jetzt hin, du Profi. Was ist das jetzt verkackt? Scheiße. Wow, du bist ja echt gut darin, Mann. Hey, stark. Ja, ich fang schon mal an Obsidian abzubauen. Seid ihr bereit? Wir machen das Portal an. Pwumm. Ich bin erster. Es gibt jetzt hier Nether-Monster. Hallo. Ich bin eigentlich bloß hier. Hallo, Leute. Wo seid ihr? So. Nether-Rack und wieder zurück. Tschüss. Also. Dann. Wir sind das jetzt. So, auf jeden Fall. Dann Nether-Rack in die Mitte. Das zündet wir an. Jetzt platziere du die Redstone-Fackel. Hier? Nein, nein. Hier. Genau. Das ist geklappt. Oh mein Gott. Mach vielleicht das Feuer nochmal, oder? Ich habe jetzt gedacht, dass es ein bisschen spektakulärer wird. Hero-Brain steht hier um die Ecke. Oh, halt echt! Hey, der stand da gerade einfach. Was? Oh, da sind wir jetzt eingeschlagen. Das war bestimmt Hero-Brain. So, und jetzt pass mal auf. Oh, da war er gerade. Da ist er! Hero-Brain. Er ist weg. Jetzt haben wir ihn komplett aktiviert. Können wir das öfters machen? Halt echt! Das war es vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mit einer positiven Bewertung. Und abonniert gerne rein. Schaut bei Harnik und JT vorbei. Die beiden Kerle sind auf jeden Fall verlinkt. Falls ihr noch mehr Horror-Content wollt, Harnik und ich haben die Dweller-Mod noch ausprobiert. Als Einzelner. Schaut es euch unbedingt an. Ansonsten, tschüss! Tschüss! Tschau!